Es ist endlich soweit, AeroZoo veröffentlicht sein erstes AeroZoot Comic Adventure. In jeder Buchhandlung und online, überall erhältlich. Übrigens, auch in Österreich und der Schweiz. Hallöche, meine werten Damen und Herren. Und heute heißt es, triffst du die Wand oder triffst du sie nicht mit Lars dem Hund. Was geht ab? Lars, der Hund. Heute werden wir übrigens Team Rot gegen Team Blau spielen. Und hier werdet ihr jetzt sehen, wie dieser Typ da, da wird jetzt diese Wand auf den Typen zukommen. Und er muss dann springen und gleichzeitig seine Arme hochmachen, damit er das überlebt. Aber er hat es nicht geschafft. Du musst halt eben durchkommen. Du darfst nicht ins Wasser reinkommen. Wenn du ins Wasser reinkommst, hast du sofort verloren. Ach so. Der Typ war jetzt zum Beispiel in deinem Team, Lars. Guck mal, wie soll der hier das machen? Guck mal, wie soll der das machen mit dem Körper? Stimmt, der hat vorhin den komischen Körper. Aber oh mein Gott, der muss da durch dieses Loch durch. Oh Gott, der muss jetzt springen. Das ist wie ein Lantern. Oh mein Gott, schafft er das? Weiß ich nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hast du das gesehen? Der ist ja einfach durchgelaufen. 10 Punkte für Team Rot. Team Rot. Aber du bist Team Rot, Alter. Voll gut, ey. Du hast voll den guten Mitspieler. Der Sam scheint... Oh mein Gott, ich bin dran. Ha, ha. Okay. Wall-E. Oh, Wall-E. Okay, okay, okay. Wow. Also, ich muss jetzt da hingehen. Und dann muss ich tauchen und dann hinlegen vielleicht. Äh. Nein. Oh. Ich hab's nicht geschafft. Oh. Nicht frei, nee. Jetzt bin ich dran. Das hat nicht funktioniert. Ich glaub, ich bin dran. Okay. Sorry. Du musst übrigens springen und gleichzeitig den Knopf drücken, damit dein Körper sich verändert. Alter. Okay. Das ist auch Schwierigkeit normal. Mal gucken, ob es Thorben das schafft. Du musst springen und gleichzeitig den Körper anpassen, damit der... Hey, die hat einfach nichts gemacht. Die hat einfach nichts gemacht. Welchen Team war die in meinem? Die war in deinem, ja. Oh nein. Die hätten sogar nur springen müssen. Zum Glück war die in deinem, ey. Huh. Okay, okay, okay. Jetzt kommt bestimmt einer wieder aus meinem Team. Oh, ja, ja. Der Ritter ist dran. Oh mein Gott. Was? Guck mal, was das ist. Der muss in diesen Mundrein springen. Das ist ja richtig gut, ey. So, so, so. Er hat auch einfach... Er hat es geschafft. Hat er es geschafft? Ja, hat er, hat er. Er hat sogar einen Handstand gemacht. Ja. Alter. Voll der Könner. Jetzt bin ich dran. Ich glaube, jetzt bist du dran, Lars. Jetzt mal gucken, wie du dich hier schlägst, Alter. Oh Mama. Mal gucken, was du... Oh mein Gott, du hast auch das Loch. Okay. Du musst springen und gleichzeitig den Dings machen. Den Sprung, Alter. Los. Los, Lars. Oh mein Gott. Nein. Ah, ein bisschen zu früh. Ein bisschen zu früh hast du es gemacht. Nicht frei. Hä? Warum ist hier eigentlich alles auf Deutsch geschrieben? Und zwar falsch immer. Komm. Oh mein Gott. Okay, jetzt kommt wieder der Minion. Du bist ein guter, ein guter Doggy. Äh, der gute Doggy. Jetzt kommt wieder der Typ vom blauen Team. Mal gucken. Da muss er, glaube ich, nur durchspringen. Schafft er nicht, schafft er nicht. Nur durchspringen. Guckt er den... Ja. Oh mein Gott. Was? Was? Laber nicht. Wie hat er denn das gemacht? Okay, ich glaube, jetzt bin ich wieder dran. Okay. Ich pass auf. Ich pass auf. Okay, 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 okay. Team. Oh mein Gott. Oh mein Gott, jetzt kommen Teamrunden. Jetzt muss man das mit, äh, gemeinsam sogar machen. Oder gegeneinander. Oh mein Gott, was? Oh mein Gott, Lars, du musst mit deinem Team jetzt. Okay, steht 20 zu 10. Oh mein Gott. Das ist ja mega einfach. Ich glaube, wir müssen einfach nur... Ich glaube, Handstand, Handstand musst du machen, glaube ich. Oh mein Gott. Der eine ist runtergefallen. Der gute von euch ist runtergefallen. Was? Nicht frei. Ja, das ging nicht. Da hat man keinen Platz gehabt. Alle drei müssen es tatsächlich schaffen, damit man Punkte bekommt. Ja, die haben sich auch so hingestellt, die anderen. So. Oh mein Gott. Dass da gar kein Platz war. Alter, wir müssen zu viert. Was? Hinlegen. Hinlegen, hinlegen. Okay, wir müssen uns zu viert, äh, hinlegen. Das ist Limbo. Nein, der hat es nicht geschafft. Doch, wir haben es alle geschafft. Der Typ hat einfach tauchen gemacht. Tauchen? Ja. Alter, Alter, wir haben 60 Punkte jetzt. Oh, das blaue Team hat gewonnen. Mal gucken, Lars, vielleicht kommen wir in der nächsten Runde zusammen in deinem Team. Guck mal, was ich mache. Was machst du? Guck mal. Solo-Runde. Oh, jetzt bin ich im roten Team. In welchem bist du? Du bist jetzt im blauen, ne? Ernsthaft? Alter, ja. Oh nein, ich bin dran. Spiel wieder gegen... Echt, du bist dran? Oh mein Gott. Ey, was ist das? Das ist so eine Minecraft-Figur. Anvil. Anvil. Ja, man muss gucken, dass du da durchkommst. Kommst du durch? Kommst du durch? Ich glaube, ich muss den machen. Ja, du bist durch. Nice. Hast dich gut hingesetzt. Löschen. Das ergibt gar keinen Sinn, gell? Riecht einfach nur, einfach nur löschen. Alter, okay, okay, okay. Gut gemacht. Das war jetzt einer... Oh, jetzt bin ich dran. Okay, alles cool. Oh mein Gott, ich habe denselben. Schwierig. Nice. Hä, warum ist das denn sehr schwierig? Es ist sehr schwierig. Pass mal auf, Achtung. Drei, zwei, eins. Ja. Juhu, löschen. Löschen. Ja, juhu, löschen. Das macht sowas von gar keinen Sinn. Ich verstehe auch nicht. Wie haben die das bitte übersetzt? Weißt du, die müssen auch Google-Übersetzer benutzt haben. Dann steht da so, geschafft so. Und dann geschafft so und so, you did it auf löschen. Oh mein Gott, das ist schwer. Der muss springen und dann... Hä? Ach so, der ist einfach nur durchgesprungen so. Löschen. Löschen. Okay. 20, 20, 10, 20, 10. Jetzt ist wieder einer vom roten Team. Voll die nice Idee. Das ist echt voll lustig, das hier zu spielen, gell? Okay, jetzt kommt einer. Oh, der Typ ist jetzt der mit den dünnen Armen, ist jetzt bei mir im Team. Okay. Der hat ein bisschen Dings, zu viel Salat gegessen. Aber guck mal, der stellt sich einfach nur seitlich hin, dann reicht das schon. Oh mein Gott, der hat einen Handstand gemacht, der hat einen Handstand gemacht. Löschen. Ah, löschen. So ein Müller, Alter. Löschen. Löschen. Aber diese Bälle hier in dieser Runde sind voll cool. Oh, das ist, glaube ich, richtig schwer, Mann. Alter, guck mal, wo ich bin. Wo bist du? Ich bin hier oben an der Decke, hier. Ich seh dich gar nicht. Guck mal, hier hoch, hoch, hoch. Warte, die eine hat gerade einen Handstand gemacht. Oh, die hat es nicht geschafft. Mann, ich habe dich nicht gesehen. Wo bist du denn an der Decke? Hier, hinten, hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Da. Ja, ja. Ja. Ach, da kann man hochklettern. Abgefahren. Warte, ich glaube, aber ich bin gleich dran. Oh mein Gott, ein neues. Das ist ein Monster, da musst du durch so ein Herz durchspringen. Lol. Ja, ja, warte. Ich glaube, der macht einfach nur so einen Sprung. Warte. Und Sprung. Ah, er hat es zu spät gemacht. Wurde voll mitgenommen. Sehr gut, nicht frei. Das war einer aus meinem Team. Ich gehe jetzt auch an die Decke. Ich gehe an die Decke, Lars. Ich gehe an die Decke. Ah, okay. Jetzt auch nicht. Okay, mal gucken, was der bekommt. Oh mein Gott. What? Unmöglich. Swinging Bananas. Alter. Nicht frei. Hä? Ich glaube, der ist disconnected. Ich glaube, der hat so viel Angst bekommen, dass er das Spiel ausgemacht hat. Der hat sich in die Hose gemacht. Jetzt kommen Teamrunden. Okay, mal gucken, ob wir die Teamrunde schaffen, Alter. Okay, okay, okay. Was? Wie soll ich das denn schaffen? Peri. Ich glaube, du hast zwei Peri. Hinlegen. Tauchen. Okay, Sprung. Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Alter, wir... Nicht frei. Warum denn nicht frei? Wer hat es denn nicht geschafft? Warum denn nicht frei? Warum denn nicht frei? Ich dachte, das war löschen. Du, auf der Alien. Oh mein Gott. Okay, Lars. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Yo, guck mal, was ihr bekommt und guck mal, was ich bekommen habe, ey. Einfach nur da hinstellen. Oh mein Gott. Das Mädchen ist einfach runtergesprungen. Die hat euch einfach getrollt. Die hat euch einfach getrollt. Oh mein Gott. Nicht frei. Beide Teams sind Game Over. Kein Team hat gewonnen. Kann man hier eigentlich reingehen in den Raum? Nein. Aber man kann durch den Raum durchgucken. Warte. Was ist denn da? Da hast du Teppich also. Ich möchte mal gerne dieses... Oh mein Gott. Ich bin dran. Okay. Ich möchte die Swinging Bananas. Was ist das? Olaf? Wie soll ich denn da durch? Ich glaube, ich muss mich da hinlegen, glaube ich. Olaf. Hinlegen. Habe ich es geschafft? Löschen. Yeah, baby. Okay. Lars, ich glaube, jetzt bist du dran. Oder einer von den anderen. Alter, hier ist sogar, glaube ich, der Admin online. Der hat sogar so einen roten Namen, Alter. Der Ritter ist dran. Junge, das ist wieder der Anvil einfach. Der gute alte Anvil. Anfiel. Hinsetzen. Hinsetzen. Der hat einfach gar nichts gemacht. Hä? Was? Das hat gar keinen Sinn ergeben. Löschen. Der hat sich gerade eben... Der ist einfach so... Diese Wand ist schon längst an dem vorbeigefahren. Und erst dann hat der sich hingelegt. Das hat gar keinen Sinn ergeben. Okay, jetzt kommt dieser Admin. Warum hat der einen roten Namen? Cookiemaster. Normal. Da muss er auch durch dieses Loch da durchsprengen. Oh, Junge. Dieser Mund war auch voll witzig, den man da machen musste. Und... Yeah. Das ist durchgegangen, das Ding. Löschen. Das ist so... Vielleicht sollen wir uns löschen. Ich glaube auch, dass wir uns löschen sollten. Sollen wir uns löschen, Leute? Nein, sollen wir natürlich nicht. So. Jetzt kommt... Oh mein Gott. Der... Oh, das ist schwer. Da musst du tatsächlich dich hinlegen. Aber erst, wenn du gerade runter gehst. Mal gucken, wie sie es macht. Oh, 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 oh. Und? Oh mein Gott. Oh mein Gott, perfekt. Ah, nee, hat sie nicht geschafft. Fast perfekt. Fast perfekt. Ich glaube, die ist ein bisschen zu spät gesprungen. Die hat es ein bisschen früher gemacht. Ich glaube, ich bin dran. Du bist dran, du bist dran. Okay, Lars. Schon, oder? Ja, ja, ja. Ich bin dran. Perfekt. Perfekt. Oh mein Gott, was? Der Donut. Der Donut einfach. Oh Gott. Lars, das ist überschwer. Oh mein Gott. Wie willst du es machen? Wie willst du es machen? Oh. Ah, nicht geschafft. Da liegst du im Wasser, Alter. Aber wie? Aber wie? Es ist, als ob du wirklich so gestorben bist. Alter, der war auch sauschwer. Der ist, glaube ich, einer der schwierigsten mit den Swingin... Oh. SpongeBob. Junge, richtig geschenkt. Der Sam, der gönnt sich jetzt erstmal den SpongeBob. Yay. Ah, der ist gut, der Sam. Ja. Der hat sich jetzt einfach nur hingelegt. Ja, das hätte ich ja locker geschafft eigentlich. Komm, ich möchte auch auf der Kugel ein bisschen mit dir herunterspringen. Ja, wer kriegt die Kugel? Oh mein Gott, du hast mich voll von der Kugel gestoßen, ey. De, 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 de. Ich bin auch professioneller Kugelstoßer. Ich bin professioneller Kugelstoßer. Oh, jetzt ist schon Teamrunden. Teamrunden. Oh, 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 Gott. Oh, oh, oh. Lars, wir sind zusammen in einem Team. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Mir auch nicht. Oh mein Gott. Okay. Wollen wir zusammen in die Mitte nehmen? Wir legen uns hin, ja. Ja, lass hinlegen. So. Reit. Hinlegen. Jetzt. Oh, nein. Ich hab's geschafft. Ich auch, aber dieses Mädchen wieder nicht. Nicht frei. Oh, jetzt hat keiner von uns Punkte bekommen. Alter, wenn die Blauen jetzt, die müssen das nur zu zweit machen. Die müssen die Teamrunde nur zu zweit machen. Wenn die das geschafft haben, irgendwann haben die das Ding einfach gewonnen. Oh Gott. Alter. Schwierigkeit. Die müssen da durch, die müssen mit Hände hochheben machen. Oh mein Gott. Schaffen die das? Schaffen die das? Juhu. Nein. Nee. Oder? Doch. Oh mein Gott, das war ein klares Löschen. Okay. Klares Löschen für den Gegner. Das war das Team, ja, das Blaue Team hat gewonnen. Wir hoffen auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Das waren ein paar lustige Runden und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, wenn Lars mal wieder durchdrehende Donuts sprengen muss. Harte rein, Leute.